Ich wollte euch jetzt die zweieinhalb Kilometer nicht antun, deswegen starte ich die Aufnahmast jetzt. Noch zwei, drei. Ich habe nur noch 1,6. Ah, 1,9. Wenigstens gewinne ich dieses Rennen, wenn ich schon mit dem LKW gelost habe. So, jetzt geht es berghoch. Ey, du sollst auf Automatik laufen, du Penner. Das interessiert den gar nicht. Der wird langsam, selbst auf Automatik, wenn es den Berg hochgeht. Hütchen. Ja, Hütchen, Mann. 1400. Jogging am Morgen vertreibt Hunger und Sorgen. Ich habe schon die Arme dazu schwingt. Trifft. Hm. Sollte das Glück mir Holz sein? Ich komme von der richtigen Seite. Ich komme von der richtigen Seite. Ich glaube ja. 1000 Meter. Na gut, 1100. Aber Moment. Ich müsste mal meine, meine lila Leiche... Wo ist immer der Gestor? Ich glaube hier irgendwo. 1000 Meter. Kleine Bogen. Ich habe sicher gar keinen auf dem Server blicken lassen. Wir waren ja jetzt nur wir auf dem Server hier. Ja, ja. Habe ich auch schon gemerkt. Moin. Ich komme immer mal wieder auf die Spielerzahl. Hm. Naja, gerade bei PvE... Gut, bei PvP ist es ja noch weniger. Aber wenn du doch mit irgendeinem anderen mit rumwuselt, dass du nicht gleich über den Haufen schießt. Und bei PvP kann es durchaus überlebenswichtig sein, zu wissen, wer sich mit rumgrätscht. Ja, PvE heißt ja auch nicht, dass sich jemand dran hält. Naja, aber... Du kannst trotzdem über den Haufen schießen. Solange ich nicht beschossen werde, kann ich auch kein B schießen. Sollte ich auf PvE nicht machen. Wenn natürlich jemand auf mich schießt, dann schieße ich zurück. Klar. So, 1100 Meter. 700. 1500. Hohohoho. Ja, ich würde doch die Beste mit meiner Langflugstrategie. Das würde doch nicht wirklich schlecht. Tja, die Frage ist, suche ich meine Leiche oder hole ich mir eine Waffe vom Bot? Also, ich suche auch meine Leiche. Also, ich suche auch meine Leiche. Also, ich auch meine. Weil, so aggro sind sie hier nicht. Also, ich gehe mal davon aus. Was? Ich liege ja 600 Meter weg. Ja, ja, ja. Ich liege. Dann wäre ich ja noch besser. Aber ich weiß nicht, wo ich liege. Hm. Und mich haben sie mitten im Dickicht erwischt im Wald. Hm. Ja, das ist, wenn es keine Markierung gibt, das ist wichtig, sich zu merken. Falls jemand meine Leiche findet, sofort ausrauben und weiterkämpfen. Ich habe so eine grobe Ahnung, wo du liegst. Ja. Weil du warst nicht weit weg von mir. Ja, ich weiß. Hm. Aber wie gesagt, wenn du mal eine Leiche findest, ausrauben, weiterkämpfen. Jawohl. Meine liegt, glaube ich, hinter dir. Also, ich bin an meiner zuerst. Können wir hier mal hier rumsetzen? Warte mal. Da ungefähr liegst du. Warte mal, siehst du das? Warte. So. Guck mal auf die Maps. Müsstest du sein? Nö. Das ist die Markierung. Wieso sieht man die nicht? Kann ich die irgendwie noch... Ach nee, ich muss, glaube ich, im Chat sein, ne? Äh. Ja. So, jetzt. Jetzt sehe ich sie. Okay. Da ungefähr müsstest du liegen. Danke. Also, grob. Ja, so Pi mal Daumen plus Donnerstag. Genau. Da irgendwo in den Büschen, meine ich. Hier ist ein Gockel. Der strickt die Flügel. So, und da oben ist die Mission. Ist die noch da? So. Viele Bots sind eigentlich noch. 17. Ja, wir haben ja ein paar geschossen. Ne, wir haben ja angeschossen. Dann verschwindet ich, glaube ich. Die kriegen die dann nochmal so eine extra Haltbarkeit oder so. Habe ich das richtig? Stand 17? 17. Ja. Ah, okay. Danke. Ja, ja. Da liegst du. Du liegst hinter mir sogar. Lustig. Hä? Hä? Hinterm Baumlichter. Ja. So, wo sind die Bottis? Hä? Ähm. Wie gesagt, wenn du was brauchst, nimm es, ne? Ja, nö. Also, ich. Meiner liegt ja auch hier rum. Hm, 200 noch. Ich sehe die Mission nicht mehr. Das ist kumme. Ja, ja. Da hat er da drin. Dann liebste. Da ist ein Schwein. Äh. Ich bin noch nicht da. Ich bin nicht das Schwein. Nö. Das ist die Mission weg. Hallo? Wie man zu Hause. Nö. Die Mission weg. Ich laufe gerade bei Starry vorbei. Hast du was Blaues an? Nee, Blau-Gelb. Ich bin das, ich bin das. Dann komm mal zurück. Du läufst in die falsche Richtung. Und sie schießen auf dich. Komm mal zu mir. Ich sehe dich ja nicht. Naja, ich könnte jetzt aufstehen, aber... Warte mal. Von dir aus gesehen, rechts, rechts. Ja, gerade. Gas, Gas, die schießen auf dich. Aber wie? Oh Gott, wieso läufst du dich eigentlich zu mir? Rennen wir vorbei. Rennen wir vorbei. So. Ja, gerade, 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 gerade. Nicht hin und her. Also, ja klar, hin und her. Gerade. Du hast mir einen Mannleiche ganz vorne angezeigt. Ja, ich weiß. Deswegen bin ich ja hier. Guck mal, da ist links, links im Baum. Oh, da ist ein Bot. Oh, Bot. Oh, Bot. Und da, wo der Bot hingelaufen ist, da liegt ein Leiche. Und da hat keine. Jetzt liegt es ja auch. Da waren zwei Bots. Okay. Ich bin im Arsch. Irgendwas. Ich habe dich fallen sehen. Ja, ist doch scheißegal. Mich haben sie noch nicht, noch nicht gesehen. Ich liege an deinem Baum. Ja, ich bekomme es aber gleich. Hallo? Ah, du hast meine Leiche falsch angezeigt. Deswegen bin ich zu weit gerannt. Ja. Aber ist nicht schlimm. Ist kein Thema. Jetzt weißt du aber, wo du bist. Also, ja, am Arsch, da. Vor dir, vor dir, vor dir, dort eine Liege. So, ich werde jetzt hier den strategischen Rückzug machen. Alter, die waren doch hier im Wald die Schlinge. Strategien mit uns zu unserem Toten-Europa. Ich werde ein schnelles Zeug nehmen und hier verpieseln. Boah, die latschen da im Wald rum, ey. Nö. Ich bin tot. Ich liege einfach in meiner Leiche. Ihr seht mich nicht. So. Und die Dienste. Und einmal Barretta. Und Club-Sparten. Also, jetzt Arbeitskiste, genau. Haben wir ja auch nicht. Schlüssel, wichtig Breitstange, noch wichtiger Das kann man nicht Jawoll Klamotten, ach ich kann meine Klamotten nicht Nein Ein neues Kreuz setzen, wo ich liege Die Bots stehen Alter Die sind erst an mir vorbeigelaufen Die haben mich nicht gesehen Und zwei Stück Und jetzt haben sie mich doch gesehen Ja, du bist tot Ups Kannst du das Kreuz setzen, bitte Ich kann gar kein Kreuz setzen, ich muss erst mal wieder mich einloggen Ja, meine ich ja Irgendwie habe ich mich jetzt ausgelockt, wieso das denn Also Leute, so heißt das So, ne Ich bin erst vorsehen rausgeführt Oh, Maus, komm Halt noch durch Ups Aber erst mal sind sie an mir vorbeigelaufen Ich glaube, die Leichenkrabbeltaktik hat geholfen 5.000 Meter Gibt es nicht noch irgendwie einen besseren Spawnpunkt als die Schamme Ne, nicht wirklich Was ist das hier für ein Kaffee? Ich habe jetzt links die Mitte genommen Links die Mitte? Ja Und wie viel Meter? Äh, 500.000 Und ich sehe, ich bin bei 4.9 Ciano ist weit Probieren wir mal Halt schon auf Ja Das ist, äh, Elektro Okay Das ist Elektro Ich weiß ja nicht, ob das gut war Ich habe es einfach genommen Lass mich mal die Mockierung finden Wie ist sie denn? Ach da Also ich werde ungefähr bei 4.000 landen Ach, schauen wir mal Sonnschild Ja, 4.800 Ah, doch endlich mal eine knackige Mission Ach, ich bin der Postbote Bäh Irgendwie Ich sehe euch ganz vernünftig aus Bist du wieder da, Daniel? Ja, ja Ich, äh, renne jetzt auf einer anderen Seite Okay Also da Die Seite, wo wir waren Ist zur Zeit sehr gefährlich Ja, ich weiß Das sind billig Teile weg Die Gefahr wird aber sinken Wenn du eine Pose gefunden hast Und schießt die an Dann Ich glaube, dann kommen wir besser an den Krams rein Weil die rennen wirklich nach Schüssen Also Heiligsblechle Also ich brauche noch 4.500 Meter Alles wird gut So Die Markierung ist aber noch da, ne? Habe ich gesehen, danke Ja So Die ist aber nicht weg Ist doch ein bisschen unterhalb der Markierung Dann weiß ich das ja Ja, also in der Tanne drin Am Waldrand Obwohl ich das eigentlich auch schön finde Dass du deine Leiche quasi Du musst ja merken, wo du warst Ich finde das gut Also Das war früher auch so Genau Hat noch ein bisschen extra Nervenkitzel quasi Die Arme haben das Lager aufgeschlagen Oh, schön Lass ihn mal schlagen Ich denke aber, wir machen ja trotzdem Einen kleinen Fallschauen-Cut Okay Okay Vielen Dank.